Okay, schauen wir uns mal an. Ich habe behauptet, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Anzahl der Ecken, Kanten und Flächen bei den platonischen Körpern. Dazu müssen wir erstmal sammeln, wie viele Ecken, Kanten und Flächen gibt es denn bei den platonischen Körpern jeweils. Los geht's. Wie viele Ecken, Kanten und Flächen haben wir im Tetraeder? Schlumpfine. Vier Flächen, das haben wir hier vorne schon hingeschrieben. Eigentlich können wir die Zahlen hier vorne abschreiben bei den Flächen. Das haben wir schon, wissen wir ja auch, kommt aus dem Namen schon, kann man das ableiten. Okay. Vier Ecken, genau. Noch mal kontrollieren, oder? Wir haben wirklich vier Ecken, also eine Herausforderung mit dem Spiegelverkehrt hier. Also wir haben hier, man sieht vier Ecken, so und auf der Rückseite hier hinten gibt es natürlich keine Ecke mehr. Glaubt ihr mir. Ich drehe es nochmal rum, da hinten gibt es keine Ecke. Okay. Vier Ecken und sechs Kanten. Das hier kann man auch noch zählen. Easy. Gucken wir mal, sind sechs Kanten. Eins, zwei, drei und hinten vier, fünf und sechs Kanten. Okay. Sechs Kanten. Würfel. Das sind noch die Einfachen hier. Torti. Haben wir schon. Wie viele Flächen hat der Würfel? Sechs Flächen, okay. Ja, genau. Acht Ecken, das sieht man auch am Würfel. Klar, da haben wir, sieht man, da kann ich es irgendwie so drehen, dass man das einigermaßen sehen kann. Kann man natürlich nicht, ne? Das ist ein durchsichtiges, hilft gleich ein bisschen. Ja, ja, genau. Also eins, zwei, drei, vier und hinten fünf, sechs, sieben, acht Ecken. Acht Ecken haben wir gezählt, okay. Und Kanten sagst du wie viele? Zwölf. Genau. Das kann man auch super sehen. Ich zeig dir nochmal hier in die Kamera, ne? Wie viele Kanten haben wir hier rüber? So. Also an dieser Seite eins, zwei, drei, vier. Zur anderen auch eins, zwei, drei, vier. Und dann noch die vier Verbindungskanten hier. Okay, zwölf Kanten. So, jetzt wird es schon ein bisschen komplizierter. Oktaeder. Äh, Jokey. Acht Flächen, genau. Sechs Ecken und zwölf Kanten. So, jetzt kann man anfangen, das wieder zu zählen am Oktaeder. Ne? Also kann ich jetzt hier gucken, wie viele Ecken habe ich hier, dann fange ich an zu zählen. Es gibt noch einfach eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Ecken. Und Flächen eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben, acht, war auch klar. Und Kanten habe ich hier eins, zwei, drei, vier. Auf der Rückseite nochmal vier. Und diese vier hier. Okay. Ist auch interessant, beim Würfel und Oktaeder drehen sich gerade die Anzahl der Ecken und Flächen um. So, jetzt Do-D-K-E da. Wipps sie. Stopp. Wie kommt man auf zwanzig Ecken? Also, na klar, man kann jetzt beim, man kann jetzt anfangen zu zählen. So, ich habe hier den Do-D-K-E, das fange ich hier an zu zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und dann weiß ich mir, welche habe ich schon gezählt, welche habe ich nicht gezählt. Dann komme ich durcheinander. Male ich mir die vielleicht an oder so oder knabber sie ab, keine Ahnung. Gibt es eine andere Überlegung, wie man sich relativ schnell überlegen kann, wie viele Ecken der hat? Wie bist du drauf gekommen? Oder hat jemand eine Idee? Von einer Seitenfläche, von einem Fünfeck. Jede Fläche hat fünf Ecken. Wir nehmen die Anzahl der Flächen mal der Anzahl der Ecken pro Fläche. Also zwölf, fünf Ecke mal fünf Ecken pro Fünfeck. Zwölf mal fünf ist sechzig. Ja, und jetzt haben wir ja jede Ecke mehrfach gezählt. Also, wir haben wir haben fünf, eine Fünfecke mit jeweils fünf Ecken natürlich. Wir haben zwölf Fünfecke, also haben wir zwölf mal fünf sechzig Ecken. Aber jede Ecke haben wir dann ja dreimal gezählt, weil an jeder Ecke drei Fünfecke einander stoßen. Also müssen wir sechzig noch durch drei teilen und kommen auf zwanzig Ecken. Und bei den Kanten? 30 Kanten, wie kommt man da drauf? Anzahl der Kanten meinst du? Genau, Anzahl der Kanten fünf. Wir gucken erstmal, wie viele Kanten haben wir insgesamt. Wenn wir die fünf Ecke nehmen, jedes Fünfecke hat fünf Kanten. Zwölf Fünfecke, also haben wir zwölf mal fünf sechzig Kanten. Aber jede Kante wurde doppelt gezählt, weil an jeder Kante ja zwei Flächen aneinander stoßen. Also müssen wir sechzig durch zwei teilen und kommen auf dreißig. Okay. Lisutta schreibt online, ich schaue mir das gerade an, während ich die Wohnung aufräume und es ist so spannend zu erleben, mit was ich mich vorher noch nie im Leben beschäftigt habe. Sehr schön. Hallo Lisutta, schön, dass du mit dabei bist. Okay. Ikosaeda. Jetzt habe ich noch nicht mal ein Modell hier, bis auf den kleinen Würfel, aber das können wir da nicht dran überprüfen gut, weil dafür zählt man sich wirklich. Also was kann man machen beim Ikosaeda? Klamsi, du hast schon gezuckt. 20 Flächen, genau. Nehmen wir vielleicht erstmal die Ecken. Also 20 Flächen. Wie bist du jetzt, wie viele Ecken hat er, sagst du? 12. So, wie kommt man auf die 12? Ja, sag mal. Ja, wie wäre die Rechnung? Ich habe 20 Flächen. Weil die Anzahl der Ecken pro Fläche, da habe ich 3, weil ich ja gleichseitige Dreiecke habe. Also 20 mal 3 habe ich insgesamt 60 Ecken. Theoretisch, aber ich habe ein bisschen zu häufig gezählt. Wie viele Blechen stoßen an jede Ecke zusammen? 5, genau. Beim Ikosaeda stoßen 5 Dreiecke an einer Ecke zusammen. Also habe ich jede Ecke versehentlich 5 mal gezählt. 60 Ecken durch 5 ist 12, genau. Und wie viele Kanten habe ich? 20. 30, genau. Ich habe 30. Warum? Also auch wieder, ich habe 20 Dreiecke, also 60 Kanten. Weil jedes Dreieck drei Kanten hat. 60 Kanten. Aber in jeder Kante stoßen zwei Dreiecke aneinander. Also habe ich die Kanten doppelt gezählt. Möchte ich zwei teilen, komme ich auf 30. Auch hier interessant, ne? Gleiche Anzahl von Kanten, beim Dodekaeder und Ikosaeder, nur die Eckenflächenanzahl tauscht. Interessant. Okay, haben wir schon eine Regelmäßigkeit entdeckt. Hier bei den beiden Wechsels, bei den beiden Wechsels. Beim Tetraeder kann es nicht wechseln, weil ich hier 2 mal 4 habe. Interessant. Hat jemand noch eine andere Regelmäßigkeit entdeckt? F' Die Anzahl der Ecken plus die Anzahl der Flächen minus 2 ist was? Die Anzahl der Kanten. Ecken plus Flächen minus 2 ist die Anzahl der Kanten. Gucken wir mal, ob das stimmt, oder? 4 plus 4 ist 8 minus 2 ist 6. 8 plus 6 ist 14 minus 2 ist 12. Hier genauso, ne? 6 plus 8 ist 14 minus 2 ist 12. 20 plus 12 ist 32. Minus 2 ist 30. Genauso hier. Okay. Zufall? Ich verrate euch was. Das ist nicht nur bei den platonischen Körpern so, sondern bei allen Polyedern. Was ihr entdeckt habt, ist der sogenannte Euler'sche Polyedersatz. Das hier ist der Euler'sche Polyedersatz. In dem Polyeder ist die Anzahl der Ecken plus die Anzahl der Flächen minus 2 die Anzahl der Kanten. So, und das möchte ich jetzt gerne mit euch beweisen. Da hatte ich euch ein paar Tipps gegeben, wie man das beweisen kann. Und zwar ist das nicht nur so in allen Polyedern, also den dreidimensionalen Körpern, sondern wir gehen mal einen Schritt weiter. Wir gehen mal aus dem dreidimensionalen ins zweidimensionale und dort beweisen wir den Satz. Wie können wir ins zweidimensionale gehen? Wir, das mache ich mal an einer anderen Tafel. Wir drücken die Körper platt. Okay, wie gehe ich vom dreidimensionalen ins zweidimensionale? Ich lege es auf den Boden, stampfe es drauf, ist es zweidimensional. Und zwar machen wir es aber so zweidimensional, dass die Kanten sich nur in den Ecken neiden. Wenn wir einen Würfel nehmen, könnte ich den Würfel ja irgendwie so platt machen. So, dann habe ich hier die acht Ecken und das andere sind die zwölf Kanten. Dann hätte ich aber das Problem, dass ich meine Bedingungen nicht erfüllt hätte, dass die Kanten sich nur in den Ecken schneiden. Weil diese Kante hier und diese Kante schneiden sich hier nicht in der Ecke. Hat jemand eine Idee, wie man den Würfel platt machen kann, sodass sich die Kanten nur in den Ecken schneiden? Ich darf ihn auch ein bisschen ziehen und zerren oder so. Schlumpfine. Ja, versuch's mal. Ein Quadrat zeichnen wir? Okay. Eine Diagonale? Wie, wohin? Du meinst, das ist eine Diagonale hier im Quadrat? So. Schlaubi. Noch mal ein Quadratzeichen. War noch geiler, die wird... Du darfst es auch größer machen. Genau. So. Das ist ein Würfel zweidimensional. Könnt ihr euch vorstellen, oder? Ich habe es platt gemacht von oben. Und die hintere Fläche ist ein bisschen größer geworden als die vordere. Das nennt man ein Schlegel-Diagramm. Falls ihr das noch nie gehört habt, ich hatte das auch noch nie gehört, in Vorbereitung auf der heutigen Sitzung habe ich ein bisschen recherchiert und da bin ich darauf gestoßen, dass manche Leute das Schlegel-Diagramm nennen. Vermutlich auch Herr bzw. Frau Schlegel. Gut, Schlegel-Diagramm heißt, ich mache aus einem Körper eine zweidimensionale Projektion derart, dass die Kanten sich nur in den Ecken schneiden. Jede Kante hier schneidet keine andere Kante, sondern außerhalb der Ecken, sondern nur in den Ecken. Da berühren sie sich und da... Viktor Schlegel schreibt super Scheibenkleister online. Dankeschön für den Hinweis. Viktor Schlegel. Okay. Geht das immer? Bei den platonischen Körpern? Also ich meine, Leute, schaut euch mal den Oktaeder, äh Quatsch, den Dudekaeder an. Geht man das da auch hin, den so platt zu machen, dass die ganzen Kanten sich nur in den Ecken schneiden? Hat da jemand eine Vorstellung von, was man machen könnte? Also Antwort, ja, es geht, aber wie? Ich nehme irgendeinen konvexen Polyeder, konvexes Polyeder, wie das hier, ne? Konvexes Polyeder. Und jetzt, aufgepasst, so, hier, Dudekaeder, jetzt schneide ich diese Fläche hier vorne raus. Okay? Die schneide ich raus. Diese hier vorne, die nehme ich raus. Jetzt habe ich hier vorne ein Loch. Und jetzt greife ich diese Kanten hier vorne und ziehe die nach außen auf. Und mache von vorne platt. Ich kann jetzt, stellt euch jetzt vor, ich habe hier den Polyeder in der Hand, vorne die Fläche rausgenommen und jetzt ziehe ich von vorne die Kanten so nach hinten und drücke das Ganze platt. So kann ich ein Polyeder, ein konvexes Polyeder, in ein Schlegel-Diagramm überführen. Das ist nicht winkeltreu, nicht längentreu, gar nichts. Aber das Verhältnis der Kanten und Ecken bleibt gleich und Flächen. Und was man jetzt hier nochmal beachten muss ist, ich habe jetzt hier, ich sehe beim Würfel beispielsweise, ich habe jetzt hier acht Ecken und zwölf Kanten. Und wie viele Flächen habe ich? Ich müsste ja sechs sein, beim Würfel. Sechs Flächen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wo ist die sechste Fläche? Springer. In der Mitte, doppelt? Nee, das ist die eine Fläche, zwei, drei, vier, fünf. Und die sechste, Dipsy? Das ist die, genau, das ist die, die sozusagen oben drauf platt gedrückt ist oder hinten dran. Dieses Gesamtding hier. Und man kann sich aber auch Folgendes vorstellen, dass sozusagen, wenn ich jetzt nicht zwei Flächen übereinander haben will, zählen wir einfach die Außenfläche als die sechste. Okay? Wir haben immer eine Fläche bei dem Polyeder vorne rausgeschnitten, das ganze Ding aufgezogen, platt gemacht und die letzte Fläche, die ich rausgeschnitten habe, da sage ich, das ist einfach hier die Außenfläche, das Drumherum. So, dann haben wir auch wieder sechs Flächen. Was ich hier erzeugt habe, ist ein Schlegel-Diagramm im Fall eines konvexen Polyeders, beziehungsweise in einem anderen mathematischen Teilgebiet würde man das als planaren, zusammenhängenden Graphen bezeichnen. Was ist ein Graph? Also ein Adeliger, schon klar, aber in dem Fall ist es ein Gebilde aus Ecken oder Knoten und Kanten. Also wenn ich hier solche Ecken habe, Knoten und Kanten und das miteinander verbinde, da habe ich einen Graph. Der Graph ist zusammenhängend. Ich könnte mir auch einen solchen Graphen hier vorstellen. Sowas in der Art. Dann habe ich hier Knoten, Kanten, eine Kante, die von derselben Ecke wieder zur selben geht, sowas gibt es auch. Und das Ganze ist aber nicht zusammenhängend. Jetzt wäre es zusammenhängend. Und das Ganze ist planar, weil die Kanten sich nur in den Ecken schneiden. Okay? Also wenn ich jetzt hier sowas hätte, dann ist das kein planarer Graph mehr. Was wir also erzeugen mit einem Schlegel-Diagramm, ist wir machen das konvexe Polyeder platt derart, dass ein zusammenhängender planarer Graph entsteht. Und jetzt kommt sozusagen der entscheidende Übertrag zum Eulerschen Polyedersatz. Eulerscher Polyedersatz. Denn dieser Zusammenhang zwischen Ecken, Flächen und Kanten gilt nicht nur in den platonischen Körpern und nicht nur in den konvexen Polyedern, sondern in den zusammenhängenden planaren Graphen. In allen zusammenhängenden planaren Graphen ist die Anzahl der Ecken plus die Anzahl der Flächen minus zwei gleich die Anzahl der Kanten. Ich muss das mal durchatmen, oder? Anders formuliert. Wenn wir ganz allgemein bei allen planaren Graphen diesen Zusammenhang zeigen können, dann ist im Speziellen auch klar, dass der bei den platonischen Körpern gilt, weil ich die zu einem zusammenhängenden planaren Graphen mache. Okay. Jetzt wird online gefragt, wie wäre es, wenn wir Gummibänder hätten? Wenn was Gummibänder wären? Könnt ihr vielleicht nochmal schreiben. Okay, und ich muss ein bisschen achten, weil der Chat im Bild gerade über dem Beweis rechts ist. Da muss ich ein bisschen gucken, dass ich jetzt hier die Tafel nicht so ganz extrem ausnutze. Okay, also Euler-Schapelle jeder Satz. Das beweisen wir das. Und wie beweisen wir das? Mit vollständiger Induktion. Wir basteln uns jetzt von Grund auf mal planare zusammenhängende Graphen und schauen, was passiert, wenn wir die um ein Element größer machen. Was passiert mit dem Zusammenhang? Und zwar machen wir eine Induktion, da gibt es vielleicht mehrere Möglichkeiten. Wir machen Induktion über die Anzahl der Kanten. Vollständige Induktion über die Anzahl der Kanten. Also die Idee wird sein, wir haben in der Induktion die Induktionsannahme, dass in einem planaren Graphen der Euler-Poledersatz gilt. Und dann machen wir eine Kante dazu und zeigen, er gilt immer noch. Und jetzt brauchen wir einen Induktionsanfang, nämlich... Wie könnte man einen Induktionsanfang machen? Die Frage ist, könnte man es auch zeigen, indem man eine Kante wegnimmt und dann zeigt, dass es dann auch gleich... Es ist natürlich klar, dass es so sein wird. Dann können wir es, dann würde man es aber nicht für alle... Achso, oder warte mal. Du versuchst gerade, vollständige Induktion rückwärts zu machen. Das ist eine ganz allgemeine Frage, nicht nur hier, sondern könnte man ja vielleicht auch in anderen Fällen sagen, was passiert, wenn ich vom Nachfolger auf den Vorgänger schließe. Dann haben wir aber ein Induktionsproblem. Denn die vollständige Induktion funktioniert ja wie Dominosteine, die aufgereiht sind. Ich sage, wenn ein Dominostein fällt, dann fällt auch der nächste. Das ist der Induktionsschritt. Also wenn einer fällt, fällt auch der Nachfolger. Damit ist aber noch kein Stein gefallen. Ich muss noch sagen, der erste Stein fällt. Damit weiß ich, der erste Stein fällt. Wenn der erste fällt, fällt auch der zweite. Und damit auch der dritte, damit auch der vierte. Und damit fallen alle um. Wenn du jetzt rückwärts schließt, sagst du, wenn ein Dominostein gefallen ist, dann fällt auch der Vorgänger gefallen. Ja, du müsstest sozusagen dann irgendwo hinten den Anfang haben. Aber geht natürlich nicht, weil in die Richtung willst du es ja in die Unendlichkeit zeigen. Ich bin mir trotzdem nicht hundertprozentig sicher, ob man es nicht auch noch so hinbasteln könnte. Könnte man mal drüber nachdenken. Vielleicht weiß es jemand, der jetzt das YouTube-Video schaut. Einfach kommentieren. Okay. Also wir gehen ganz reguläre, vollständige Induktionen. Wir beginnen beim kleinsten Fall und dann machen wir noch den Induktionsschritt. Was wäre denn so ein kleinster, zusammenhängender, planarer Graph, wenn wir die Anzahl der Kanten betrachten? Ja? Ist das der einfachste? Ein Dreieck? Das wäre dann geschlossen. Okay, ein geschlossener Kantenzug sozusagen. Dann muss es gar nicht sein. Also auch das hier ist ein zusammenhängender, planarer Graph. Ja? Eine Kante, genau. Also Induktionsanfang. Eine Kante. Das ist unser Induktionsanfang. Wie viele Ecken haben wir? Zwei. Wie viele Flächen haben wir? Die da? Eine. Die drumherum, die zählen wir immer mit. Eine Fläche. Minus zwei. Also zwei plus eins minus zwei ist gleich. Oder ich schreibe es anders, denn es ist vielleicht besser hinzuschreiben. Wir haben zwei Ecken, eine Fläche. Und wie viele Kanten haben wir? Dieter? Eine. So, gilt dann dieser Zusammenhang? Ja. Ecken zwei plus eins ist drei, minus zwei ist eins. Okay, Induktionsanfang check. So, jetzt machen wir den Induktionsschritt. Voraussetzung ist, wir haben einen zusammenhängenden, planaren Graphen, in dem dieser Zusammenhang gilt. Also, keine Ahnung, hier links ist irgendwo ein planarer Graph. Ich habe hier mal so eine Ecke in dem planaren Graphen, okay? Und da gilt der Zusammenhang. Hier innen drin, in dem Graphen gilt E plus F minus zwei ist gleich K. Und jetzt nehmen wir eine Kante dazu und prüfen, ob der Zusammenhang immer noch gilt. Und da gibt es mehrere Fälle. Welche Fälle gibt es, wenn ich jetzt hier eine Kante dazu nehme? Stellt euch vor, ich habe hier einen Haufen Ecken drin und Kanten und so weiter, alles zusammenhängt, alles planar. Da drin gilt der Zusammenhang. Ich habe jetzt hier noch eine Ecke, mal deutlich gemacht, hier am Rand. Was kann ich jetzt mitmachen, um eine Kante dazu zu nehmen? Also, hier gilt E plus F minus zwei gleich K. Das gilt hier in diesem Graphen. Was kann ich jetzt machen? Dieter? Ich nehme jetzt nur Kanten dazu. Genau, aber da gibt es mehrere Möglichkeiten. Du meinst eine Ecke dazu nehmen. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel Fall 1, genau. Ich mache hier einfach eine Kante so dran. Okay? Also, von dem Graph raus eine Kante, dann brauche ich noch eine weitere Ecke am Ende. So. Also, jede Kante verbindet zwei Ecken, also brauche ich noch eine weitere Ecke. So. Was passiert jetzt? Wie viele Ecken habe ich jetzt? Vorher hatte ich E-Ecken und jetzt, wenn ich diese Kante mit der Ecke dazunehme. Wie viele Ecken habe ich jetzt? Insgesamt? Positive Zero. Jetzt habe ich E plus 1 Ecken. Wie viele Flächen habe ich jetzt insgesamt? Vorher hatte ich F-Flächen und wenn ich jetzt diese eine Kante dazunehme? Immer noch F-Flächen. Minus zwei. Wie viele Kanten habe ich jetzt? Vorher hatte ich K-Kanten. Zero? Jetzt habe ich K plus 1 Kanten. Und gilt der Zusammenhang noch? Gilt noch. Wenn vorher E plus F Minus zwei gleich K war und ich auf beiden Seiten eins dazu addiere, gilt der Zusammenhang noch. Okay. Zweiter Fall. Irgendein Graph. Wie kann ich eine Kante noch dazunehmen? Ich verbinde zwei Ecken, die noch nicht durch eine Kante verbunden waren. So. Bam. Vielleicht, wie muss man sagen, waren die natürlich hier innen drin irgendwie verbunden. So. Was passiert jetzt? Die Ecken. Ecken bleiben gleich. Genau. Ich habe ja nur zwei bestehende Ecken verbunden. Genau. Hier, das war ja vorher eine Fläche. Die habe ich jetzt geteilt durch die neue Kante. Habe also eine Fläche dazubekommen. Und ich habe eine Kante mehr. Also auch hier wieder von der Ausgangssituation auf beiden Seiten eins dazugenommen. Geht der Zusammenhang weiterhin. Und es gibt noch einen dritten Fall. Auf den kommt man vielleicht nicht so ohne weiteres. Ich nehme eine neue Kante dazu. Von der Ecke zur selben Ecke. Das geht auch. Beim Graphen. Wie viele Ecken habe ich, wenn ich das mache? Zero. E-Ecken. Genau, keine Ecken dazugekommen. Wie viele Flächen? Dieter. F plus 1. Eine Fläche dazugekommen. Genau. Minus 2 und natürlich eine Kante. Also auch hier sehen wir wieder auf beiden Seiten plus 1. Eine Fläche, eine Kante. Also in diesem Fall kommt eine Ecke dazu und eine Kante. Und in diesen beiden Fällen kommt jeweils eine Fläche dazu und eine Kante. Und damit haben wir den Eulerschen Poliersatz bewiesen. Anzahl der Ecken plus Anzahl der Flächen minus 2 ist gleich Anzahl der Kanten. Und damit haben wir den Ecke dazu und eine Kante.